Einen wunderschönen guten Tag, da ist er, euer Micha, oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch, der Rasenrapporter aus Karl-Marx-Stadt. Ja, ich bin heute wieder in Thüringen, ja, und zwar in der Skatstadt Altenburg, richtig stark hier, ich sag euch, der Platz ist gefüllt. Das war's, das war's, das war's. 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 Das war's. Das war's, das war's. 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 Das ist Mikael. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Euer Mijam.